Der echter Michelangelo. Das haben wir nicht gesehen. Äh, selbstverständlich, nach ihnen. Nach ihnen. Nach ihnen. Nein, nach ihnen. Nicht jetzt, wer... Sich in Zeiten wie diesen für einen Juden zu entscheiden, das ist nett. Ich glaub, das tun deine neuen Freunde nicht gut. Gesungen, Herr Bell. Warum kommen Sie nicht zu mir in die Galerie? Ich krieg das Bild aus. Lassen Sie mich jetzt bitte endlich das Original der Zeugnung sehen. Das ist eine Kopie. Das ist völlig unmöglich. Teuflisch gut. Wo ist der Michelangelo jetzt? Du bist ja schön. Ich weiß nicht, wo dieses Bild ist! Bringen Sie nach Berlin. Die haben dort ihre Feuermitte. Hola! Oh, lieber Gott. Warum hast du ihn nicht verrecken lassen? Was soll das? Was wird das jetzt? Kameraden! Beruhlsamt. Wir brauchen gelähmt. Der Hauptstammführer bin ich. Siehst du, Jude? Der Führer lässt seine Männer nicht im Stich. Er ist nicht ich. Es gibt aber Schwierigkeiten. Beide behaupten, Hauptstammführer ist mir egal zu sein. Du dreckiges Fluten-Schwein, du! Selber! Du sei vernünftig. Es gibt tausend Kleinigkeiten. Du wirst dich verraten. Heidler! Ich will diese verdammte Zeichnung! Ich weiß, wo das Bild ist. Rudi, denk nach. Du überlebst das hier nur, wenn du mitspielst. Du magst nicht endlich diese Uniform ausziehen. Noch brauche ich sie. Ich weiß jetzt, warum sie niemanden zu dem Gefangenen lassen. Geheimreichssache! Michelangelo!